guten morgen ihr lieben und prost heute werde ich dieses netzteil reparieren und zwar die kondensatoren hier sind wie aufgeblasen also diese beide die kondensatoren sollen hier oben ganz eben sein die beide hier sind wie aufgeblasen und es scheint also die scheinen ausgelegt zu sein es gibt kleine punkte weiß nicht ob ihr das sieht aber ja ich werde diese beide kondensatoren wechseln und das netzteil wird wieder einwandfrei funktionieren zumindest hoffe ich so das war es schon und schönen da doch